Warum wollen Sie mich heute einladen? Ich habe Ihren Mann lange nicht gesehen. Ihre Frau habe ich auch länger nicht gesehen. Waren Sie schon mal in the mood for love? Es ist schon so spät und du bist immer noch da. Wird deine Frau sich nicht beklagen? Oder sind es sogar jetzt gerade in diesem Moment? Bleib heute Nacht bei mir. Wong Kar-Weiss Kultfilm. Sag's mir, hast du eine Geliebte? Es ist nichts zwischen uns passiert. Ich möchte nur nicht, dass andere das denken. Das tut deinem Ehepaar nicht gut, wenn es zu oft getrennt ist. Jedenfalls sollten wir uns in nächster Zeit nicht so häufig treffen. In the mood for love. Bei Kinovell TV. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. 20 Jahre Qualität.